Boah, reicht nicht. Das war erst wieder mit dem Licht. Ich kann das mal ein bisschen tricksen. Hier ist der Barcode, kann man dann gleich mal erkennen. Das ist jetzt der Windows. Ja, wir können ja mal hiermit versuchen. Jetzt hat er hier unten die Flasche erkannt, aber er hat anscheinend... Hat er den richtigen Barcode? Fünf. Also er hat zumindest den Barcode hier richtig erkannt. Tja, das war auch so ein bisschen für uns. Ja.